da chillt doch einer hier muss es vor Piraten nur so wimmeln ich suche mir einen Aussichtspunkt hmmm Entdecken vermeiden Funkerlautlos drücken oh Gott ne die sehen ja wie der Leblis aus T wirf einen Stein und den Gegner oder den Pirat flinken stimmt das ging ja ok Jason Zeit diese Piraten zu erledigen von dem kam es sogar keiner ne puh puh Prima im Rauf Takedown oh was haben wir denn ok hier oben hoch wo ich mal ein bisschen die Lage überchecken kann Kamera zu können wie summe ich denn mal Tag oh so ein Foto machen ok 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 jetzt kann man hier mal richtig auf Dings spielen, auf, 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 Taktik, das ist geil, bei Far Cry 2 bisschen rin gelaufen, gut wahr, dann haben wir die schon sofort gesehen, okay, Moment, wenn ich den nicht da so hinschmeißen, nichts, was dich stören sollte, mein Junge, nein, ein Sequenz Code haben wir schon mal, super platziert, super platziert, was gar, scheiße, kenne ich den? oh, kacke scheiße da muss ich noch klappen durchsteigen hmmm da hinten schlitt noch einer, schmeiß mal ein Stein hin da hinten schlitt noch einer, schmeiß mal ein Stein hin ok ok gut soweit so gut Frame Einbruch wo muss ich überhaupt hin? was ist überhaupt meine Aufgabe? achso Entdeckung von meinen Funker lautlos töten scheiße, da hinten ist ein Funker, ich glaub's ja wohl nicht oh Backe kann ich den jetzt nicht so voll auf den Kopf scheißen? Scheiße nein die Dinger gibt's noch wut 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 lenke sie nächstes mal mit einem Stein ach du scheiße, ich darf echt nicht gesehen werden boah, das ist schwer oh Gott ey wir haben das auf Himmel nicht so einen Aussichtspunkt ok ok zur Kamera zu zack die zwei hab ich in die ja und, war doch noch irgendwo einer war doch noch irgendwo der Funker wut 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 wo der Funker ich weiß auch immer, wer das bringt hm sozusagen hm komm komm do ja er hat schilder drinnen dass der sich bewegen weil wenn doch habe ich es jetzt nicht gleich verkackt nein